Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target und unseren Partnern Geco Ammunition und VfG Weapon Care. Hallo Leute, ich bin Alex, immer noch unterwegs auf der IWA 2023 für Low-Erdie-Media. Wir befinden uns auch immer noch am Stand von Savage. Neben mir habe ich auch immer noch den Thomas, der immer noch für uns Zeit hat. Hallo Thomas, danke schön. Immer gerne. Ihr habt noch ein neues Highlight, habe ich gesehen. Ja. Was ist das? Das ist im Flintenbereich, die Renegage. Das möchte ich auch mal kurz zeigen. Schön. Was ist hier das Besondere an dieser Waffe? Jetzt lieferbar in Deutschland. Jetzt lieferbar in Deutschland? Ja. Klasse. Kaliber 12. Ja. Und dann verschiedene Ausführungen, auch mit außenliegenden Breitingshooks für den Sportbereich. Ja. Das heißt, jetzt lieferbar Flinten von Savage auch in Deutschland? Ja. Sehr schön. Also, wenn ihr euch auch für Flinten von Savage interessiert, bekommt ihr ab sofort bei eurem Fachhändler, damit ihr Bescheid wisst. Wir verlinken alles nochmal unten, auch in der Infobox. Liked dieses Video, abonniert unbedingt diesen Kanal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.